Mit dem Angriff Staliners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleibt mir im Raum, Kater, Jodl, Krips, oder Butter. Das war ein Buffet! Der Angriff Steiner war ein Buffet! Wer schickt sie? Das hier ist Martin! Sie meinen Befehl dringend Lassen! Oh, weil ich das einfach nicht gern habe. Der Militär hat mir gejagt! Jeder hat mir verlogen, sogar die Östers! Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederfrechtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten die für Sie verblieben! Die Stadt Feiglinge verreichtete Versorgung! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärken in den Zug gebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messergabel hält! Ja, für lange, dass wir die Kamala abzunehmen und verhindert! Es hat mich jeden nur als durchpicken, Widerstand in den Weg gelegt! Ich hatte gut daran getan! Und dann werden alle höhere Offiziere nicht gestiegen zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz verraubbar erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt dem deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut wird sie bezahlen! Sie vergesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda! Jetzt beruhig dich doch! Ich habe nicht befehlend in einem Wind gesprach! Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich die Ersweg verdient werden lasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jag ich mir eine Gute! Wo können Sie wissen wie Sie sind denn? Wir können Sie nicht sehen, wie Sie nicht kommen! Eher soll, wenn Sie nichtIF lügen! Ich wünsche Ihnen als Frau Danke Dinos. Und das ist Ihnen nicht dafür. Wo können Sie hier nicht sein, wenn Sie nicht hier stehen? Und Sie haben uns.